Ja, ich hab Sorge, der Echte, der hat mich ja da noch angegriffen, alle Low-Skill und so. Jeder, der sagt, das Angel ist nicht gut im PvP, ist das kleine Oraläppchen, ja? Genau so sieht's aus. Letztens war der Angelus bei uns im Team die ganze Zeit Erster im Eisenbahner. Ich wurde die ganze Zeit weggenutzt und er ist da Rampage gegangen mit seiner Shotgun. Das war aber, ich habe den ganzen Abend mit Nexus gespielt und das ist so ein Unterschied. Du fühlst dich voll frei, du kannst alles wegballern. Wir haben ja letztens mit dem einen gespielt, der auch eine 2-1er-KD in Osiris hat. Ey, wir hatten Gegner, ich habe teilweise zwei Kills in einem Match gemacht, bin 13 Mal gestorben. Die Gegner waren echt Fälle. Wenn ich mit Michi so spiele, dann ist das auch so, ich lauf hinterher und dann komm ich da an und Michi hat schon drei mit seiner Schruppe weggebracht. Ich denk mir nur, ja, okay. So muss das sein. Ich steh dann auch irgendwie dabei und denk mir mal einen Teil. Ich werde jetzt jemanden Sniper halt schon machen. Wo sitzen die denn eigentlich überhaupt? Irgendwo. Ist die gar nicht am Radarad. Ja, auf dem Silo. Nee, die sind auch nicht. Die sind aber ganz weit hinten. Ist angeschrottet, kannst mich holen, Angelus. Aber hinter der Wand bleiben, der Snipe auf meinen Kopf. Ja, schönes Ding. Ah, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja, aber nicht. Da drunter sind auch welche. Neben dem Silo. Er ist hochgesprungen noch. Hab ihn direkt nochmal. Sauber. Tunnel, Tunnel. Boah, der ist fast tot. Dann wird er wiederbeleben, ganz. Ich muss jetzt so einen Sauber auf dem Silo campen. Jetzt ist es da auch da unten. Was wär denn? Ich seh den einfach nicht. Ich hab den im Nacken abgedrungen, ist er weggesprungen. Ich sehe euch da rumspringen und dachte, okay, ich mach das mal. Ja, sehr schön. Ich hab den einfach nicht gesehen. Der springt gerade in euch wohl vorbei, hatte kein Leben mehr. Boah, wenn ich jetzt den was... Am großen C hab ich ihn noch erwischt mit meiner Woche. Ich den jetzt mal auf dem Silo einmal gesnipet kriege, bin ich für heute glücklich. Ja, ganz ehrlich. Der eine geht nach rechts. Sieht aus, als wären alle rechts. Weiß aber nicht sicher. Ja, okay, Angelus, lass das mal nicht zu lang werden. Ich deck oben. B. Ah, der Tunnel ist nicht selber frei. Da ist fast nichts zu sehen auf dem Radar. Ich spring heute auch wie der letzte Jäger. Ja, game plan, die werden campen hinten. So soll sie das tun. Ich hab Intellect 4. Äh, von links ist einer. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich deck hinten. Guck mal zum Schlitz, ey. Der ist da, der ist da. Ach, der beliebt. Ich will grad die Granate schmeißen, ey. Oh, ihr seid schon so weit vorne. Er kommt, er kommt. Er kommt dir entgegen. Ich hab ihn noch angemessert. Ich hab ihn noch angemessert. Hast du eine Granate? Eine Granate und der ist tot, ey. Was? Der nimmt keinen Schaden und ich hab den gar nicht gesehen. Hol mich, Angelus, hol mich. Hol mich, Angelus. Sehr blöde Idee. Hol mich, Angelus. Sehr blöde Idee. Schönes Ding. Jetzt ist er auch da. Jawoll. Schönes Ding, Angelus. Sehr, sehr schön. Boah ey, der eine ist noch schön in meiner Vortex stehen geblieben. Die Granate mit dem hochauflösenden Radar. Du siehst die Gegner durch die Wand. Das ist bei Rosiris halt schon ein krass, krass erfordert. Gerade mit Sniper. Ja, hab ich ja an. Ich hab ja den Schattenschritt durchgeführt. Ja, ja. Die gehen wieder alle rechts. Die sind oben bei der Spezialmunition. Durchs Fenster gesprungen. Wieder da? Ja. Geh mal ganz außen. Bleibt ihr da? Ich pushe mit Puzzles hinter dir. Bei A. Bei A. Bei A. Bei A. Da ist links unten beim Silo einer. Einer ist auch bei A drinnen. Ah ok. Ich geh zu einem. Anderer ist dahinter. Er ist dahinten. Ah, der hockte da. Das kann nicht sein. Ich hatte das. Ah. Nein, ich verbrenne. Ich verbrenne, ich verbrenne. Er ist. Ah, scheiße. Was? Ich bin der Letzte? Echt? Du warst der Letzte. Das ist a shame. Ich muss mal ein bisschen darauf achten, wenn wir sterben. Ja, ich krieg's halt echt nicht mit. Ich snipe die und das ist einer und dann krieg ich nicht mit meine Totzeit. Aber die Granate hätte mich sowieso. Ich bin ja ausgewichen. Er hat sie halt so geworfen, dass sie hinter mir lag. Und ich schweig nach hinten aus, damit er mich nicht gekillt. Dann wäre ich eh tot gewesen. Franz hat's Granate. OP. Da ist ja kein Ausweichen mehr. Die sind richtig weit hinten immer hier am Anfang. Das ist doch gut. Ich weiß nicht, wie sie so stimmt. Ich weiß nicht, wie sie so stimmt. Oh. Vorsicht. Nee, nicht gucken. Die haben alle im Pult. Ja, schieß noch länger. Ganz ehrlich. Ja, bitte noch leer. Komm, hau, hau, hau. Lass sie noch leer schießen. Lass sie noch leer schießen, Alter. Ja, echt was? Die haben gleich keine Milition mehr. Unten, unten, drinnen, unten, drinnen. Er hat sich die Milition geholt. Scherz, oder? Der, 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 der fällt übelst weit weg von dir. Ja, boah. Ach, Golden Gun, Golden Gun, Golden Gun, Golden Gun. Ah, oben, ja. Der zündet halt, die zünden halt zwei Super. Da kann ich auch nix machen. Das hab ich auch gar nicht mitbekommen. Hat das von euch einer gehört, dass der das gezündet hat? Ja, ich hab eigentlich gehört und wollte dann wiederbeleben. Boah, ich hab die Grappe schön ausgelacht. Ja, ich auch. Ja, zwei Super sind halt stark. Den hab ich, ich hab den noch schnell gekillt, dachte ich schnell wiederbeleben und dann kam die Golden Gun, ey. Ja. Aber war auch noch n Hammer. Ja. Zündet ihr, wenn sie auf uns gerusht kommen. Ja, nee. Lass uns da angeloschen. Lass uns da mal nicht wieder hingehen. Äh, nicht so gut. Lass mal aus. Ab einen links. Jetzt zünd deinen Hammer und push auf die Leiche. Zünd deinen Hammer und push auf die Leiche. Glaubst du mir? Das ist die beste Taktik. Ja, 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 ja. Oben, da oben steht einer. Ah, er hat mich noch erwischt, ey. 311er roter Tod krieg ich voll auf die Fresse. Ey, der bildet ihn wieder. Ja, mit Shotgun. Beide bei meiner Leiche. Golden Gun, Golden Gun. Komm zu mir. Komm zu mir schnell. Golden Gun, ist hinter euch. Der kommt da. Der rennt da weg. Wir sind immer noch hinter euch. Der kommt durch den Gang. Nein. Er ist raus. Er ist raus. Er ist raus. Jetzt kannst du... Ja, da ist keiner mehr. Da ist keiner mehr. Oder? Doch. Da sind zwei. Tatsächlich. Push, push, push. Ah. Kann nicht wegräumen. Ja, der T-Bag. Ja, der T-Bag. Ja, der T-Bag. Ja, egal. Wir verlieren uns. Die haben jetzt Golden Gun, Golden Gun und Klingdancer gesungen. Die haben jetzt nichts mehr. Du hast deinen Bogen noch an, oder? Ja, ja. Sobald eine Leiche da ist, schießt ein Bogen drauf, wenn der am Widerleben ist. Dann haben wir schon mal die Runde safe. Lightning, willst du vielleicht noch ein bisschen mehr bei uns bleiben, wenn du das meinst? Weil ich schwere... Die gehen rechts hoch. Die gehen rechts hoch. Die pushen, gell? Keine Ahnung, was die machen. Aber die gehen... Die sind hochgegangen zur Spezialmunition. Ich weiß. Heavy ammo available. Keine Ahnung, Simon. Ja, dann haben sie es nicht geschnallt, dass Schwere da ist. Wahrscheinlich. Aber bei A sind welche. Hinter uns, hinter uns im Gang unten. Ja. Ja, hinter uns. Fuck. Oh, Fischer. Na wein. Steck die Leichen. Voll. Ja, sauber. Ja, sauber. Get down. Der Super ist im Endeffekt gleich wieder bereit. Weil ich euch da eben so auch wiederbelebt hab. Ich hab 19 Schuss in der Sniper. Vielleicht kill ich dann doch mal einen irgendwann. Der Super ist echt für den Match hier. Keine Chance, kann den Helden nicht treffen. Wieder beide da bei der Spezialmonie. Ich hab keinen Plan, was die für den Dreck spielen. Check die Taktik von denen nicht. Das ist eine blöde Idee bei denen. Weil die, weil die dich einmal festnageln. Pass auf. Weil da oben ist einer. Beim, 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 bei der Band. Renz. Heil dich jetzt mal. Er kommt. Oh nein, da hab ich den nicht gesehen. Ohhhh. Angus, wir bauchten nicht hier. Äh ne, ne. 2 Lightning Lightning. Einer low dahinten. Da hab ich hier. Na, der hängt in der Tür fest. Er hängt in der Tür fest. Einer. Lightning, kannst du mich wiederbeleben? Oder? Lightning, belegt irgendjemand wieder und das ist der Letzte. Schnauze. Ey, die sind getackert, man. Das ist doch das Einfachste, wieder wegzumachen. Ja, einer war getackert. Das ist ja das Problem. Ihr habt keinen Alpha Loopy drin. Ich kann euch während dem Sniper wiederbeleben, wenn der Alpha Loopy drin ist. Aber wenn nicht, dann muss ich X drücken. Ewig lang. Und dann häng ich in dieser Scheiß-Animation gar nicht mehr bewegen. Deswegen sei ja, Alpha Loopy ist jetzt schon stark. Aber... Ja. Jaja, ich kann schießen. Ich kann halt da nicht mehr um-aimen. Aber ich kann auf die schießen, die da stehen. Ich kann halt den rechten Sick nicht mehr bewegen. Aber schießen kann ich. Also wenn die genau in meinem Crosshair sind, schieß ich einfach. Aber bei denen eben auch funktioniert. Er hat jetzt totes Schaden bekommen gerade. Die sind aber mehrere da. Ich hab auch nen Tag, wenn die da super starben. Machst du mal bei der Tür auf, ich guck bei der Wand. Fuck, da ist einer offensiv. Was war das? Das war uncool. Das war richtig uncool. Ja, klar doch. Beleb' ihn nicht. Allein links. Nicht dein Ernst. Ich hab den getroffen gehabt, aber der Schuss kam nicht an. Er war hundertprozentig tot. Aber wir haben ins Knie geschossen. Jetzt darf hier nicht mehr sowas passieren. Ne. Gegen die bitte nicht. Die haben aber jetzt Gorgengarn wieder, gell. Die haben Gorgengarn ganz viel mehr. Ja, ich hab eventuell Hammer. Ich hab halt den Bogen gemacht, um nicht wieder zu beleben. Und wollte den dann töten. Und war drauf und der Schuss kam nicht an. Und dann killt er mich mit Shotgun in den Bogen stehen. Ich bin ernst. Aber ich lag doch perfekt zum wiederbeleben. Ja, aber ich wollte nicht, dass sie durchbuchen hat er trotzdem gemacht. Ja, Gorgengarn. 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 Wo kommt denn der? Der kommt bei uns bei B. Hä, der trifft mich hinter der Wand. Ja, okay. Top. Der kommt jetzt. Aber ist noch nicht da. Der ist raus. Der ist raus. Klingdämpfer. Ja, geh mal Gorgengarn. Hab ihn, hab ihn. Ich hab ihn noch mitgemacht. Ah, das klingeln. Hau sie weg. Ja, ich blick ihn wieder. Hau du ihn weg. Hau du ihn einfach weg. Wir sind immer zu dritt wegen einem. Er ist bei der Rampe. Von dem Silo. Ist die Rampe eben hoch. Was? Er hat überlebt. Er hat überlebt. Das kann nicht sein. Wo kommt der? Sag an wo er kommt. Er ist da oben irgendwo. Lass die Leichen denken. Er geht jetzt zum Tunnel. Er geht durch den Tunnel. Er geht durch den Tunnel. Leute, deckt die Leichen. Er läuft immer weiter in den Tunnel. Er bleibt stehen. Er wartet auf die Zone. Er bleibt stehen. Ja, er wartet auf die Zone. Was ist unten im Tunnel? Ja, auf der linken Seite. Er ist tot. Ich hol Puzzles. Er ist tot. Jawoll, 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 jawoll. Er ist hundertprozentig tot. Sehr gut angesagt. Top. Das war nice. Sehr guter Hammer auch. Er hat uns in den Arsch gerettet. Er hat uns in den Arsch gerettet. Er zündet alle drei. Scheiß super, Mann. Ja, ich hab die goldene Kanone gleich nur weggeprallert. Er hätte nur mich mitgenommen. Immerhin. Ja, ich bin nur noch weggeprallert. Du hast den Golden Gang. Ich hab's gar nicht gerallt, dass du den gekillt hast. Ich hab nur gehört, eh einer tot irgendwas. Bla. Und dann bin ich erstmal zur Seite. Und dann hat Puzzles schon den Hammer gezündet. Er hat die Golden Gang gezündet. Er hat mich damit weggeschossen. Aber ich hab ihm noch im Sterben einen Headshot gegeben. Nice. Ich bin schnell auseinander mit Shotguns Angelus. Das würde ich mal behalten in der Direktor-Disziplin. Ja, und auch noch 306. Das verbessert mich. Ja. Ich bin schnell auseinander mit Fusionsgewehren. Spielst du so häufig, gell? Ja, ich spiel auch immer noch ganz gerne mit der Bex Mythoplast. Achso, ja, stimmt. Die ist ganz gut. Wenn's die mal im Jahr zwei gibt. Die Sleeper kannst du damit unheimlich schnell nachladen. Hab ich letztens getestet. Also das ist echt ganz geil. Wird ja geändert, ne? Die hat dann keine Boni mehr, die auf Fusionsdinger fehlen. Achso. Dafür kriegt sie dann... Ja, das stand da auch in Weekly Update. Die kriegt dann nur noch Boni, die für schwere Waffen sind. Nicht mehr für Fusionsdrammen. Ja, also du kannst nicht mehr Munition tragen für das Ding. Das ist ja auch gammelig. Nee, das nicht. Außer du hast Items, die mehr Munition für schwere geben. Dann ja. Also die alten. Das ist aber scheiße. Es wird aber allgemein angehoben. Bis dahin. Tschüss. 7 auf 9 Schuss das Ding.